Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal der Vergleich So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video Ja Leute, wir sind beim Itemshop vom 6.7.2019 Ja und Leute, kurz zur Erklärung, wir hatten gerade eben schon mal eine Babyshop-Aufnahme gehabt, nur da hat unser Mikrofon nicht funktioniert und jetzt machen wir es gerade nochmal Ja, willst du in den Cut reingehen, denkst du, hä? Denkst du, hä? Denkst du, hä? Wo sind wir dron? Ja So, ja, da haben wir den Flamingo-König als neues Outfit und den Rasenbrecher, zwei Stunden haben wir auf der Map rumgesucht, ich meine, es hat auch Spaß gemacht Ähm, und dann haben wir endlich gefunden, den Flamingo, also könnt ihr euch dann später noch ein Gameplay von dem zeigen So, jetzt fangen wir auf der rechten Seite an Mit dem Mit dem Detektiven Genau Mit der Detektivin, ja, da hinten eine schöne Kamera, da guckt die Zeitung raus, Detektivin hat einen Sheriff-Stern Ja, mit Sheriff-Stern Ähm, kriegt von mir 6 von 10 5 von 10 Echt? 4,185 bei 33 Votes, zum ersten Mal am 2. Juli 2018 im Schock gewesen, ist auch schon wieder ein Jahr her Seitdem 6 Mal und 66 Reminders, ja Brutal So, dann kommen wir zu Goldschuppen Goldschuppen Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll Krieg von mir 6 von 10 Ja, so schnell durchklicken Von mir 7 von 10, yahoodoo, ich liebe eigentlich ganz gute 7 von 10 3,5 bei 12 Votes, zum ersten Mal am 6. April 2019 im Schock gewesen, seitdem 5 Mal und 12 Reminders 5,500 V-Bucks Seitdem 6 Mal und 53 Reminders Dann, äh Auferweckt So Auferweckt, eigentlich ganz cool, kriegt von mir 8 von 10 9 von 10 1 von 10 4,1155 bei 35 Votes, zum ersten Mal am 3. März 2018 im Schock gewesen, seitdem 22 Mal und 49 Reminders Jo, dann haben wir zum Hüpfelhammer 5,500 V-Bucks Red von mir 8 von 10 Von mir 7 von 10 Ähm Da haben wir eine Benotung von 3,3155 bei 16 Votes, zum ersten Mal am 22. Juni 2019 im Schock gewesen, seitdem 2 Mal und 19 Reminders Die Zaubermacht hast du dir ja geholt Ja Machen sie mal Werkzeugeffekte sofort Ja, ist nichts Besonderes, aber So, schade, aber trotzdem 8 von 10 Von mir geht es 10 von 10 Und zwar eine Benotung von 4,5 bei 31 Votes, zum ersten Mal am 60. November 2018 im Schock gewesen, seitdem 9 Mal und 40 Spielen sie dir eigentlich noch? Äh, zum Teil, kommt drauf an Ja, das Set hier haben wir ja gestern bereits gehabt, könnt ihr euch ja gerne angucken Übrigens, den Demo Gorgon, da habe ich ein extra Video dazu gemacht Ist oben in der I verlinkt Oben auf der rechten Seite in der Ecke ist ein I, da könnt ihr draufklicken, da kommt ihr dann Direktion im Video aus Genau, dann kommen wir zum Rasenbrecher Ja, sieht cool aus, Herrscher mit eisernem Schnabel über deinen Garten Teil des Flamingos jetzt für 500 V-Bucks, kloppen sie da mal drauf bitte, hast du sofort Ja, der Effekt ist jetzt nicht ganz so toll, aber das Ding sieht irgendwie ganz witzig aus, kriegt von mir 8 von 10 Von mir kriegt es 7 von 10 Äh, 3,67 von 5 bei 3 Votes, heute Schock gewesen und 3 Reminders, danke mal zum Flamingo König Ja, zoomen Sie mal bitte an den Flamingo König ran, geboren um zu fliegen, Teil des Flamingos jetzt Ja, dich haben wir lange gesucht auf der Map, ganz ehrlich Also, was hat der denn da eigentlich für grüne Dinger, was ist denn das? Sieht aus Schläuche, das sieht aus wie so Gartenschläuche, oder? Ja, so zu Gartenspringern Ja, so Gartenschläuche, ne? Ja, ich finde, ganz schön kleine Euglein hat er in der Flamingo, aber ein riesen Schnabel dafür Ja, ähm, kriegt das Ding, kriegt von mir, äh, ja, ist halt wie der Pink, ne? Ist wie der Pink, Pink, ihr wisst, die steht nicht so auf Pink Kriegt von mir, ähm, 5 von 10 Bei mir 4 von 10 2,33 von 5 bei 6 Votes, äh, 14 Reminders So Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst du mal bitte einen Daumen nach oben Da schreibt was ich am Teil, abonniere den Kanal, schlaß ich mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News Minimal sofort und mit mir Und es geht später noch ein Gameplay Und schaut mal in das Gameplay rein, schaut auch mal in den Instagram Account von dem Herrn Sofort rein, da gibt dann immer mal News Vielen Dank auch noch mal übrigens für, äh, eure ganze Unterstützung für die Abos Wir haben jetzt die Community, also Community Funktion, freigeschaltet bekommen von YouTube Müssen wir mal schauen, was wir damit anfangen können, ähm, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Ideen, Ratschläge, Tipps habt, schreibt es mal in die Kommentare Also, wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch Danke fürs Einschalten und bis dann, ciao 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 Vielen Dank.